Da bin ich aber schon wieder euer Odin und nach langem wird es mal wieder Zeit, dass wir It's Quiztime spielen. Ich muss den Stream jetzt nur noch vorbereiten. Er muss jetzt erst mal bei YouTube auftauchen. Da haben wir ihn doch, ich muss nämlich noch die Tags setzen und so. YouTube ist wieder mal recht lahmharschig. So, jetzt kopieren wir uns mal die Tags. Na Mausi, willst du mitmachen, It's Quiztime? So, beim Spiel schreiben wir natürlich It's Quiztime rein. Fun It's Quiztime jetzt auch schon, steht hier, das Mausikor gerade zum Mauszeiger. Alle Änderungen werden gespeichert. So, alle Änderungen sind gespeichert. Jetzt müsste jetzt Quiztime hier auch auftauchen. Test, 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 1, 2, 3, 1, 2, 3, Test, Test. Test, 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 Test. Ich habe jetzt ein bisschen Echo, aber ich denke, man müsste mich gut verstehen. Test, Test, Blick auf, uh. Die Katzen, der Tigger liegt im Kratzbaum und pennt. Oh, mein Akku ist niedrig. Ich habe noch 20 Prozent, also ich denke, für ins Spiel reicht das noch. Ich habe meinen Akku heute noch nicht geladen. Na, Mausebein? Ja. So, Live Show. Starten, zippen. 2, ok. Raum beitreten. Bestätigen. Bestätigen. Starten. Und wie gesagt, ihr könnt alle wieder mitraten. Warte, ich hoffe. Und ihr könnt euch die Themenkategorien mit aussuchen. Hört sich gut an. Schön. Danke, mein. Wunderschön. Die anderen habe ich ja vorhin schon alle begrüßt. Aber ich begrüße euch nochmal. Hallo, lecker Karibosch. Hallo, Minecraft Soccer. Hallo, René. Hallo, Diesel. Angel. Bereitet euch vor, Mii zu machen. Mii zu machen. Mii zu machen. Odin. Ich müsste mein Profil mal umnennen, damit die nicht Odin sagt, sondern Odin. Hi. Oh, ich bin fett. Hier ist die Mausi, die will mitmachen. Neuer Follower. Clay. Dankeschön für den Followern, Clay. So. Achso, ich muss ja... Entschuldigung, Mausi. Was denn? Willst du dich jetzt hinlegen, oder? So, fortfahren. Ist ja gut. Leg dich hin. Fein. Zuerst kommt die Startrunde. Tippt einfach eure angenommene Antwort in den Chat. Na, wo ich dick bin, hier vorne. Mit dem Abnehmen geht nicht so schnell. Alle wären ein Thema aus. Natur. Tom Hanks. Lady Gaga. War doch eine Sängerin oder sowas, wa? Boah, wer soll denn das sein? Zünden. Ich versuch's mal mit Tom Hanks. Ich kann mir zwar keinen Namen merken von Filmen und so. Meine Frau merkt sich sowas alles immer. Ja. Ja. Was denn? Soll der Papa ins Bett kommen? Ja. Die Runde noch, wa? Wird sie spielen? Ja, die hat jetzt die ganze Zeit mit ihrem Katzenminzekissen rumgetont. Und? Natur. Ja, ja. Auch gut. Welche dieser Tiere legen Eier zur Vermehrung? Ja. Sie können nicht mehr Armehrung. Ja. Ja, ja, ja. Ja, sehr gut. Welche Art ist ein Fleischfresser? Kann man mehr so auswählen? Nein. Was ist das? Was denn? Willst du hier rüber? Die Mutti liegt aber hier nicht. Also hier sind jetzt die Kissen, die sonst da hier am Fußende liegen. Und das habe ich hier runtergenommen wegen Steckdose, weil dahinter die Steckdose ist das Laptop jetzt gerade angeschossen. Was? Ah ja, die nimmt ja Blut. Hatten können fliegen. Was denn? Zwei Döschen haben. Ist das eine Dose? Feuchtfutter? Ja. Auch Krollen. Mein Auto habe ich auch noch nicht wieder. Morgen kommt der PC. Hoffe ich doch. Und ich koche mein Auto die Woche dann auch mal. Bin jetzt schon eine Woche ohne Auto. Also Leihwagen habe ich. Also Leihwagen habe ich. Aber nicht mein Auto. Nicht mein Auto wieder. Welches hier ist nicht flugfähig. So. Ist doch leicht. Ist doch leicht. Ist doch leicht war Mausi. Mach dich mal hübsch. Eines, einen wunderschönen Abend. Herr Odin, wie geht es dir? Warum geht es denn so gut? Schön dich mal vor der Cam zu sehen. Sonst hatte ich ohne Cam gesehen. Die Tage. Hoffe. Boah, Frauchen nicht so. Aber es geht schon. Ja, ich habe die Tage ohne Cam gehabt. Vorhin hatte ich auch Cam an. Weil meine Frau hat hier. Also die hat dann hier gelegen. Und wenn ich dann die Kamera an habe, hat sie mal Angst, dass sie denn, obwohl man nur das sieht, mit drauf ist. Welches? Was? Jetzt habe ich die Frage nicht. Welches? Ah, das wird aber getrennt hier. CD. Dankeschön. Jetzt sage ich ihr. Na, die Kleine liegt gerade falsch. Sie liegt halt bei ihr auf der Seite. So hier unten richtig doll drauf. Und wenn sie dann halt steht, dann... Oh, fuck. Dann kann es so sein, dass er so wegzuckt und Füße weghaut. Weil sie liegt heute schon den ganzen Tag beschissen da. Also meine Tochter liegt beschissen in ihr. Pflanzen als auch Fisch. Ich glaube, das war jetzt falsch von mir. Schreib mir mal mein Facebook an, Tintchen. Und dann kann ich dir das sagen. Ich hatte mal im Stream gesagt, wie die Kleine heißt. Und wenn... Zweimal so, ja. Und wenn sie denn da ist im Dezember, werde ich ja auch Fotos machen und... werde ich auch nochmal Namen runterschreiben und mit wie viel Gewicht und so. werde ich dann bei Instagram machen. Also folgt mir auf Instagram. Wer wird nach der ersten... Oder die Zuschauer. Mein Lieblingsmoment während der Runde war, als NS58 Gamin sagte... Ich weiss, du warst nicht oft da. War ja gutes Wetter und da bist ja viel draußen. Gleichstand. Ist doch gut. Das wären die Punkte erstmal. Odin, du bist wieder dran. Oh, da gehen wir auch. Lecker Currywurst. Stehen sie auch vorne. Minecraft. Kine. Aber ich hab 200 Punkte mehr noch. Gucken, wie es bleibt. Erstmal gucken, was jetzt für Themengebiete kommen. Wenn jetzt hier wieder irgendwelche komischen Sängerinnen und Sänger kommen. Lady Gaga Scheiß hier. Und Fußballkack und so. Habe ich null Chance. Also sie hat einen Doppelnamen. Und das kann ich euch schon mal verraten. Und der... Einer ist keltisch und einer ist nordisch. Haben wir schon nachgeguckt. Die Namen sind okay. Die dürfen wir nehmen. Wählerintim aus Fernsehen, Astronomie, Benz, historische Personen. Ich versuch's mal mit Fernsehen. Und wir wollen... Nächste Woche? Nächste Woche. Die Woche beim Tätowierer. Da wollen wir... Der muss hier oben, muss ja noch... Hier. Warte, da. Hier muss ja noch was drin. Kommen. Und hier oben wollen wir den noch weitermachen. Hier kommt dann noch ein Totenkopf von hier oben an. Nach hier unten. Und dann noch ein bisschen nachstechen. Unten hier. Und hier oben muss noch Schattierung drin und so. Und die Rahmen nochmal nachstechen. Und ein bisschen besser ausarbeiten. Und nächsten... Nächste... Na ja jetzt denke ich mal nächste Woche noch nicht. Übernächste Woche oder so. Wollen wir dann hier weitermachen. Oder nächsten Monat. Kommt der Abend dann weiter. Da muss nochmal nachgestochen werden. Und ein bisschen Schattierung. Und der Totenkopf muss noch gemacht werden. Ja. Also wir machen jetzt erstmal dieses Stück hier komplett. Wahrscheinlich mit hier was drin. Und wenn das jetzt hier fertig ist. Mit den Raben. Dann machen wir hier jetzt nach und nach weiter. Hier haben wir ja schon alles. Hier wird es dann immer nach und nach von oben nach unten gearbeitet. Und im... Ohhhh. Hier haben Benz nach. Scheiße. Beatles. Ich glaube der war bei den Beatles. Him. Keine Ahnung. Also da werdet ihr mich jetzt schlagen. Mist. Musik scheiße. Ich habe alle richtig. Uh. War bestimmt Glück. Dors. Schweden Hausmafia. Ach du Scheiße ey. Ach du Scheiße ey. Ach jetzt. Jetzt liegt sie hier und pennt sie. Tigger. Und Tigger. Also da oben ist da gucken. Seht ihr wie die runter gebogen ist. Das ist ein Zeichen dafür, dass Tigger da drin liegt. Und nicht vergessen. Däumchen ist ein Träumchen. Däumchen ist ein Träumchen. Also nicht nur mitspielen, auch ein Däumchen geben. Dann können wir das vielleicht auch mal öfters wieder machen. Ah. Ah. Fuck das in der Mitte mit dem rechts haben. Und außen habe ich vertauscht. Das weiß ich. Ach du Scheiße. Das weiß ich. Wer ist ein Pearl Jam. Ist das alles nicht meine Musik ey. Einmal gewissen ist das aber. Auch nur weil sie meine Mutter immer gehört hat. Boah. Sind das Namen ey. Können sie nicht nach Benz fragen, die man kennt. Freiwild, Onkels, Schandmaul, Rabenschrei. Irgend so was. Sonderschule. Berliner Weiße. Apropos Berliner Weiße. Alles richtig. Wer ist Maron 5? Wings. Texet waren noch die, wo der Robby mit bei war. Die sich der Opel löst haben, wo sie dann alle umbringen wollten. Bis. Wormir. Wormir. Geh grade. Hau weg die. Freibild, jo. Ne, jetzt ist es leer. Hat mir Frauchen vorhin noch gemischt. Berliner Weiße. schön berliner weiße bier mit 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 waldmeister hat schwiegermutter nämlich mitgebracht weil ich noch kein berliner weiß getrunken hatte und wir haben auch noch das andere hier muss ich meine frau fragen irgendein anderer sirup wird dann auch noch getestet mit dem nächsten bier richtigen pinz zu beatles und manche muss also ich dachte jetzt one more time das falsche band da fehlt ja denn motorhead aber vom motto her da ist es nicht one more time da ist es ja one more fucking time ipad macht sich blöd inwiefern hollitt falsch ich weiß nicht bei it's christheim liebt ihr das hier zu liegen müsst ihr mal die anderen videos gucken von it's christheim dazu auch je liegen sonst beim zocken kommt sie nicht so oft an falsch falsch jetzt aber richtig welcher unserer zuschauer ist an der spitze zeit es herauszufinden während der letzten runde sagte wenn euch mein stream gefällt würde ich mich sehr über ein abo freuen htpsdorpel.com liest du den neidwort vor ey schrägstrich www.youtube.com schrägstrich audienc tests und ninsrath zorka 77 meinte add lecker currywurst ein pro gibt es nicht oder wir sind wieder bei dir 1.600 euro da habt ihr mich aber fett eingeholt jetzt kann ich nur auf ein guter debiet hoffen ich glaube ich muss mir jetzt christheim oma für den pc kaufen dann können wir vom pc multistream machen dann taucht dann auch nicht immer oben auf dann kann ich die fragen vielleicht auch besser lesen schaubes länder der welt naturwissenschaft alternativ rock das kann bestimmt nicht gut sein naturwissenschaft bca showbiz länder der welt und naturwissenschaft klingt ja schon mal gut was ihr wollt bca showbiz länder der welt ist wenigstens ein bisschen was besser aber nimmt ja schon langsam form an also ist schon fast voll wenn man sich so anguckt wenn die arme fertig sind ich denke mal ich werde mit den bienen anfangen oder vielleicht machen wir auch den rücken als nächstes müssen wir mal gucken weil ich will auf die biene auf den interbienen will ich noch scheiße eigentlich scheiße ich hab gedacht ukraine ist kleiner naja liegt wie wölfe haben links und rechts und hier oben wollte ich assassin's squid haben und diese länder nach der anzahl ihrer bevölkerung beginnen mit dem kleinsten mausi geht es dir gut man kleine süßer nicht die warte drauf dass papa ins bett geht nicht liegt sie wieder am fußende oder an der seite von mir und pennt ich habe jetzt echt gedacht kanada hat weniger weil ja dafür so viel eis ist und grüten griechenland ein bisschen enger gestoppt ist eigentlich mal das ganze wohnzimmer im stream naja das ganze nicht aber fast naja doch eigentlich schon also da ist die tür die sieht man dass sie halb zu ist und couch und dann kommt meine pc ecke und da seht ihr ja schon die wand weil die körper ja dran hängen also mehr platz habe ich nicht und dann geht es halt noch mal ein bisschen nach da hier ist hier die ess ecke da wo der hund da ist und ein stück weiter habe ich doch richtig gut dann kommt halt hier frankwand kennt ihr ja alles aus den streams größe und wir beginnen mit dem kleinsten 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 Vielen Dank. Scheiße. Ich hätte jetzt den Kapu Größe geschätzt. Naja. Ich hatte die Rettung. das ist die neue wohnung also ich bin vor scheiße leute war mir umgezogen vor fünf jahren sechs jahren sechs jahren die kleine ist fünf jahren die kleine wäre jetzt fünfter klasse für fünf jahren wo sie zu mir kamen habe ich dann halt die größere wohnung jetzt genommen damit sie ein kinderzimmer hat weil ich war ja vorher alleine so 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 zeit sich die punkte anzusehen mal sehen wie unsere zuschauer sich so schlagen sehr niedriger akkustand sagt mir die 10 prozent aber schauen wir noch und das ist jetzt aber die neue wohnung oder bist du doch nicht umgezogen ich glaube ich verwechsel dich gerade mit neben anderen streamer faszinierend ach so nix für union alles im grünen bereich jetzt geht es wieder zur union ihr macht mich fertig heute ihr macht mich haushoch fertig jetzt muss noch was kommen wo ich hier paar punkte rausreißen kann vielleicht ist immer das zweite mal fortwarn zu drücken die ende mit scherzraten ihr müsst es nicht wissen schätzt einfach die antwort und tippt sie in den chat schauspieler auf feier naturwissenschaft film ich nehme lieber naturwissenschaft bei fernsehen fragen sie garantiert wieder nach irgendwelchen serien von irgendwelchen jahren oder staffeln ach nee und damit habe ich es nicht so was du bist fertig hä was meinst du telefon joker schlafzimmer joker also frauchen auch wurde die letzte episode auch welche Ja, das war's. Denk mal, ihr habt gewonnen, wann? Oh, nicht ich. Ich hätte jetzt gedacht, ihr habt mehr recht, weil ihr das gleiche Datum gesagt habt. Wie viele Episoden waren... Diagnosemord. Wie viele Episoden wurden produziert? Ach du Scheiße. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Staffeln da das waren. Thorsten, einen wunderschönen Abend. Wie viel von Diagnosemord, wie viele Staffeln gab es denn da überhaupt? Ein paar Mal habe ich sie geguckt, aber... Buh! Ich habe einfach die goldene Mitte gewählt. Wie viele Episoden von Faudi-Besucher aus dem General... Ach du Scheiße. Welche meinen sind davon jetzt? Achso, Faudi-Besucher! Ich glaube... Ne, das müssten doch noch ein Stück weniger gewesen sein. Ich glaube, ich hätte noch inzwie Folgen weniger nehmen sollen. Doch, zwei mehr als wir weniger. Hatte eh eine Staffel 11 Folgen gehabt, ja? Ich dachte, zehn oder neun. Weil wir gaben nur zwei Staffeln, weil die haben nach der zweiten Staffel aufgehört, leider. Kam wohl nicht so gut an. Obwohl ich die Serie gut fand. War eine gute Neumachung von Faudi-Aussage, oder schon? Wann wurde die letzte Episode von Full House aus dem General... Ach du Scheiße! Ja, das ist ja eine Fangfrage. Die gab es ja damals und das gab es ja heute. Und da heißt die heute anders. Da stand doch Obert von Full House. Ach, die meinen sie das Alte? Wie ist denn das Scheiße sind die da? Ne, ne, nach sieben Folgen nicht. Also, es gab zwei Staffeln von V. Und ich fand die, ich fand die wirklich, die neue Serie, fand ich echt gut. Ich habe die echt gerne geguckt. Die Kinder-Fernsehserie, Fernsehserie Show, Thomas. Die kleine Lokomotive wurde in welchem Jahr gestartet? Ach du Scheiße! Ich glaube ich... Aaaaaaah! Ich bin da vorbeigeschleert. Ich glaube nicht, dass sie das Alte meint. Ich glaube die meint das Neue. Doch das Alte. In welchem Jahr wurde die Krimiserie Show Columbo zuerst ausgestrahlt? Columbo... Ich glaube die war aber früher dran. Viel, viel früher. Viel, viel, viel früher. Oh, ja. Oh, ich glaube ihr habt da eher recht als ich. Die kam ja viel später nach Deutschland. Ich bin nach Deutschland ausgegangen. Es ist Zeit für den Finale. Hab da mich haushoch geschlagen würde ich sagen. Dirk, ein Wunderschön. Die Zuschauer gewinnen. Gut gemacht an Annik und ein großes Lob. Hab da gut gemacht. Siehste Currywurst, wer gelobt. Danke fürs Spielen. Wollt ihr noch ein Spiel? Sagt es jetzt. Oder nicht? Hab da gut gemacht. Ich guck mal, was mein Akku sagt. Ah, ich habe einen Urheberrechtsanspruch gekriegt gerade von YouTube. Ich denke mal wegen FIFA. Ah, mein Akku sagt. Was sagt denn der scheiß Akku jetzt? Sieben Prozent. Ne, ich schaffe leider nicht noch ein Spiel. Mein Akku ist einfach zu leer. Ja. Hi Odin. Ein Wunderschön, Dirk. Wie geht's dir? Ein Akku kann... Ja, wir machen auf jeden Fall weiter. Ich werde morgen VR wieder anschließen. Weil ich bin ja gerade dabei VR zu verkaufen. Also ich habe es ja bei Ebay drin. Also bei Kleinanzeigen. Also komplett Angebot mit Standfuß, allem drum und dran. Aber ich habe noch ein VR-Spiel. Oder so schnell wird es nicht los. Dann werden wir bei der Shandina 2 VR-Spiele anspielen. Ich werde das nochmal mit dem Fernsehtesten. Ich werde den einfach rausziehen, soweit es geht. Dann müsste das wieder funktionieren. Über die Entfernung. Und vielleicht behalte ich vorher ja doch. Mal gucken. Ich weiß es nicht. Könnte besser sein. Ja, der Klo bewegt dir. Na gut, schlaf schön. Ja. Also wie gesagt. Wenn es euch gefallen hat. Ein Däumchen wäre ein Träumchen. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen Abend 20.15 wieder. Da ich morgen ein VR-Spiel als erstes spielen will, werde ich direkt von der Playstation streamen. Und vielleicht... Ja, wir machen bestimmt danach nochmal jetzt Quiz-Time. Machen wir morgen nicht ganz so lange. Und dann wird... Mal gucken. Vielleicht machen wir noch Assassin's Creed. Ich weiß es nicht. Müssen wir mal alles planen. Ich muss ja den PC erstmal aufbauen. Und alles. Falls er morgen überhaupt kommt. Ja, da hast du recht. So. Dann wünsche ich euch allen eine wunderschöne gute Nacht. Wie gesagt. Ihr Kopf hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat. Ein Däumchen wäre ein Träumchen. Und wenn ihr Bock habt und dir noch Daumen zusammen kommen. Und morgen auch schön fleißig wieder schreibt, dass ihr das heute spielen wollt. Dann machen wir morgen bestimmt... Na VR! Nochmal eine Runde ins Quiz-Time. Und dann müssen wir erstmal gucken, was die Zeit denn danach ins Quiz-Time sagt. Vielleicht machen wir morgen auch zwei, drei Runden. Ich muss gucken, was der Akku sagt. Der habe ich nicht vergessen zu laden. Gute Nacht und Träumchen. Danke. Du auch. Gute Nacht Odin. Danke. Danke Odin. Mein lieber. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Ich danke dir René. Gute Nacht allen. Danke Nordlid. So. Aber nichtsdestotrotz. Wir sehen uns morgen. 20.15 Uhr. Ich verabschiede mich. Bis dahin. Ahoi. Sag euer Odin. Achso. Ich muss die Kontrolle erstmal wieder. Anmachen.